Wir sind die TSG Steglitz Und wir machen Kunstton Die Mädels tonen an vier Geräten Stufenbarren, Balken, Boden und Sprung Wir kennen uns schon sehr, sehr lange Und dadurch wissen wir, wie die anderen ticken Und können uns dadurch sehr, sehr gut unterstützen Unterstützung und Zusammenarbeit Gemeinsames, hartes Training Und Erfolg? Wir sind mit der Bundesligamannschaft Dritte geworden im Finale Das haben wir vorher noch nicht geschafft Das war das erste Mal, das war schon echt cool Noch erfolgreicher sind die Mädels mit ihrer Stimme Aber warum habt ihr den Amateursportpreis verdient? Weil unsere Sportart nicht ganz so populär ist Und wir wollen sie beliebter auch für andere machen Und das wäre sehr, sehr schön Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!